Ah, schmach, brach! Halt! So, jetzt haben wir ihn. Gut, das bringt nichts. Er atmet schon ein bisschen schneller, ne? Er atmet schon ein bisschen schwer Du bist einer von vielen, du wirst verstanden wie der Rest Gut, aber er kann die Lichtschwertwürfe wunderbar abwehren Zieh dich um, du bist ersetzbar Du bist kein Mann, du bist ein Ding, ein Experiment Gut zu wissen Irgendwie glaube ich trotzdem, dass wir der Echte sind Weil wenn man sich die ganzen Klone mal anschaut Sind alle schon ein bisschen hirnlos Und nochmal das Ganze Da kommen schon wieder Klone Und der wird noch uns werfen Dann So, war's das? Nein, da ist noch einer Jetzt nicht mehr Das war ein viertes Treffer Okay, über den Boden Geglitscht Kann man nichts machen Und nochmal solche Klone Boah, was geht vor? Oh nein Okay, ich bin gestorben Der hat unsere Plattform gekillt Dann müssen wir das wohl wiederholen Hoffentlich müssen wir nicht zu viel wiederholen Äh, sieht aber so aus Cool Die sind alle da hinten Okay, ich bin irgendwie auf der falschen Plattform Aber ich komme auch nicht weg Was kann man Du bist ein Ding Und experiment Die sind alle da hinten Die sind alle da Die sind alle da Die sind alle da Du bist einer von vielen Du bist Stärken wie der Rest Oh, das habe ich vorhin wieder Äh, vorhin auch schon versaut Okay, jetzt haben wir ihm wirklich Schaden zugefügt Und nochmal welche Gut, das Ganze dauert halt jetzt ein bisschen Kann man nichts machen Okay, jetzt bin ich Okay, abgeblockt. Okay, abgeblockt. Okay, das bringt nichts, das wehrt er immer ab. Kann er das hier auch abwehren? Ja. So, jetzt kommen wieder solche Heinis. Okay, abgeblockt. Okay, abgeblockt. Ich werde dich ersetzen. Wieder und wieder. Du bist nur ein Schatten deines Ursprünglichen selbst. Okay, das hat er abgeblockt. Und doch besiegst du mich nicht. Wenn du Jedi spielen willst, meinetwegen. Oh, ich hab's schon wieder versaut. Das gibt's doch nicht. Immer dieses LT-Ding. So, aber jetzt haben wir ihn bald. Und wenn ich nochmal sterbe, dann gibt's eine Aufnahmepause. So, ich habe gesprochen. Und das haben wir jetzt alles schon gesehen. Oh nein! Du bist ein toter Mann. Er lügt! Zieh dich um. Du bist ersetzbar. Du bist ein toter Mann. Der wirft mit den Klonen auf mich. Wie geil. Bewege dich. Hier, der Wetter, der lässt das Ding wieder fallen.